Borussia Dortmund grüßt nach dem 29. Spieltag von der Tabellenspitze. Und warum eine Meisterschaft des BVB unglaublich wichtig nicht nur für Dortmund, sondern auch die Bundesliga wäre, darum soll es heute gehen. Vorab, nein, hier geht es nicht darum, die Bayern zu bashen oder schlecht zu machen. Die Bayern haben sich die letzten 10 Jahre so wie sie waren über Jahrzehnte erarbeitet und verdient. Und vor allem international profitiert die Bundesliga enorm vom FC Bayern. Fakt ist aber auch, dass die Liga dadurch, dass wir seit 10 Jahren keinen anderen Meister mehr hatten, immer unattraktiver wird. Weniger Menschen von außerhalb verfolgen die Liga mit Interesse. Und für Vereine wie Borussia Dortmund, Leipzig oder auch Leverkusen wird es immer schwieriger, die Topspieler davon zu überzeugen, den Titel gewinnen zu können. Für mich ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Eine BVB-Meisterschaft könnte also unter anderem auch dafür sorgen, dass wieder mehr ihren Fokus auf die Bundesliga richten. Ich meine, wann guckt schon jemand regelmäßig in Richtung französische Liga? Richtig, hauptsächlich, wenn man merkt, oh, Olympique Lyon, die können was schaffen, Paris Saint-Germain ärgern. Und sowas brauchen wir hier hin und wieder auch mal. Die Bundesliga muss im besten Fall ein reizvoller Wettbewerb sein. Einer, wo auch die Großen hin und wieder gefordert werden. Und davon würden in meinen Augen auch die Bayern wieder profitieren. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, was meint ihr, was abgesehen vom brennenden Baum an der Säbener Straße los sein wird? Man wird sich definitiv große Gedanken darum machen, den Hunger in die Mannschaft zurückzubringen. Und das geht am besten, wenn man auf ein Scheitern eine Antwort geben muss. Denk mal beispielsweise daran, was nach 2012 los war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Demütigung der Bayern enormen Anteil daran hatte, dass sie sich danach bis zum Triple gepusht haben. Ja, danach wurde es zehn Jahre einseitig, aber zu der Zeit war die Bundesliga nochmal ganz anders interessant als jetzt. Wie geil wäre es auch bitte, wenn die Dortmunder es schaffen, zur kommenden Saison dann nochmal punktuell einen verbesserten Kader zu stellen. Sodass auch international vielleicht mal wieder mehr als Achtelfinale drin ist. Plus, dass man damit auch in der Bundesliga weiter dranbleiben kann. Erstmal Wunschdenken, keine Frage. Aber ich als Fan der Bundesliga auch im Allgemeinen wünsche mir einfach auch über mehrere Jahre Spannung an der Spitze. Dortmund kann vielleicht den ersten Schritt gehen. Zumindest mal dahin, dass die deutsche Meisterschaft nach langer Zeit kein alljähriges Event mehr ist. Denn dann bringt man auch die ganze Freude über so einen Titel zurück. Und damit meine ich wirklich euphorische Freude. Das wünsche ich mir einfach für diese Saison und gerne auch in der ein oder anderen danach. Wenigstens ab und zu mal. Und gerne auch andere Mannschaften. Vielleicht kneifen sich die Leverkusener einmal die Arschbacken zusammen und werden wirklich mal Anwärter. Die Entwicklung unter Xabi Alonso ist top. Da kann was zusammenwachsen. Leipzig muss man natürlich auch ins Boot holen, aber da weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ich das wirklich will. Im Gesamten haben wir aber genug Mannschaften, die Bayern ärgern könnten. Und wenn diese jetzt nach dieser Saison auch den Glauben daran haben, dass hier wieder was geht, dann kann das nur gut sein. Dazu braucht es aber meiner Meinung nach auch mal wieder einen neuen Meister. Spannender Titelkampf ist schön, aber wenn am Ende wieder derselbe Song gespielt wird, fühlt sich das Ganze ein Stück weit umsonst an. Soll nicht heißen, dass ich den Bayern nie wieder die Meisterschaft gönne, aber immer muss das nun wirklich nicht sein. Mal ab davon, dass auch dort mal wieder ein bisschen Demut einkehren muss. Damit solch kuriose Unruhen wie in diesem Jahr so auch nicht mehr entstehen. Denn ich glaube, wenn Dortmund diese Hammerserie zum Rückrundenstart nicht gehabt hätte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Bayern Nagelsmann entlassen. In meinen Augen war da viel Panik im Spiel. Die Panik, dass die Krone zerkratzt werden könnte. Ja, am Ende hilft eben diese Panik dabei, dass es wohl wieder einen anderen Meister geben könnte. Aber wir sehen auch hier, das war anscheinend der falsche Ansatz und man sieht ja, wo es hingeführt hat. Dass die Meisterschaft nur in eine Stadt geht, ist viel zu selbstverständlich geworden und das darf es einfach nicht sein. Und deswegen bin ich der Meinung, dass eine BVB-Meisterschaft für die Bundesliga unfassbar wichtig ist. Aber wie steht ihr dazu? Kann ein neuer deutscher Meister die Bundesliga auch in der Spitze wieder ein Stück weit zum Leben erwecken? Ich bin da echt mal auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.